poverett bei unity ja hallöchen leute und damit herzlich willkommen hier zu let's play ice ne witch einfach nur witch ja so sieht es auch hier aus leute ich würde sagen wir starten jetzt direkt rein hier gucken mal was passieren du und du da am dudesten just wanna talk about this break in business already shake it for yeah you cold get at least 20 taschen i have the front door okay anything else heißt das nicht what else ich bin mir da nicht so make a map that place ist hat wort lassen wir weg eine hutsch oder so level normal das interessiert mich so viel als würde in china ein sack reis umfallen ja find at least 20 monkey money nee jetzt müssen starten also ja bevor das ganze hier noch ausartet ja müssen wir jetzt einfach mal starten so ja wir werden in ein dunkles hotel gesteckt hier ohne strom mitsamt den taschen einfach stehen gelassen okay gut die taschen denken uns weg diese nicht vorhanden aber wir werden auf jeden fall im dunkeln hier stehen gelassen und ich bin sehr gespannt was hier passieren du und du da am dudesten fette röhren fehlen sehr ja war mal mit dem modern aber jetzt auch nicht mehr wir können schränke öffnen wir können wir können uns heizkörper angucken was unter anderem sehr spannend ist und wir sollen 20 taschen finden halt ne so gut dann machen wir das jetzt einfach mal finden wir mal 20 taschen press m ja wir pressen jetzt mal ganz hart m kommt mal so und der map geht auf sehr schön die hilft uns ja auch super weiter ne ich sehe den gang und ich sehe den raum wo ich drinne bin leute ja was soll ich davon halten da scheiße ich drauf so mit so einem zettel wisch ich mir den arsch ab weißt du stoß hier so push the door to open ja machen wir auch rein hier die scheiße oh manfred hallo und noch ein manfred oh gott oh gott und hier hinten habe franz okay gut ist kein franz ist ein bisschen anders hier ist eine tür i can't leave jet i need to find 19 taschen mehr ja dann machen wir doch einfach mal was ist das hier ein symbol was wir mitnehmen können press q2c ja machen wir doch auch mal einfach weil wir es können nicht weil es sinn ergibt okay gut irgendwas zappelt hier rum oder so ja komplett blind leute spiel ist auch schon ein bisschen älter also ist hier nicht also ja gegenlaufen ja da war ja was ist nicht mehr das allerneueste ist nicht so dass gerade released wurde sondern ist schon etwas irgendwas passiert hier gerade oh mein gott was geht denn mit dir hast du irgendwie schüttelfrost oder sowas die epileptische anfälle oder was da haben die wasen hier im spiel epileptische anfälle wo gibt es denn sowas so das ist das buch der götter ja leute da steht drin wann gott geschissen hat wann gott gekackt hat und wann gott führerschein gemacht hat oder so schissen und kacken ist auch gleich aber egal gut schissen und kacken scheiß und kacken oh mein gott ich habe schon so lange nicht mehr gespielt ganze zwei tage ist es her was ist denn hier für ein raum leute ich glaube die spülmaschine ist kaputt ja irgendwie hat er da ein glas zu viel reingesteckt und das ding dann angemacht so weiß immer noch nicht was hier passiert deswegen ist das hier alles ganz schön schon ganz schön gruselig muss ich sagen ja weil das auch so dunkel ist so dunkel bin ich können wir die jetzt öffnen ah nee wir brauchen ja noch ha der war gut ja auch einfach mal versuchen vielleicht steht ja eine oh mein gott 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 oh fuck oh shit oh was ist das denn alter oh mein gott was ist das denn für ein kopf junge alte scheiße man so was gruselige habe ich gruselige gedöns schlappel was erzeuger ja noch nie gesehen im indie horror game was denn da los alter das geht ja richtig ab hier fliege oh jetzt davor vorher noch nicht davor davor vor hilf davor vor hilf ich kriege keinen satz zusammen alter basement kv ne was habe ich eben was eingesammelt habe ich kein mitgekriegen ja leute also ich kriege hier irgendwie gerade keinen satz zusammen ja ich bin auch gerade ein bisschen baff wegen einer anderen sache so zack so vielen vielen dank auch an dieser stelle noch mal na also falls derjenige dieses video sieht also das könnte das ist kann ja nur lachen kriegt kriegt gesichtsmuskel augen gesäß schwund ja also da fallen die augen aus vor vor freude so jo leute wir watschen hier durch räume finden säcke was sich auch schon ziemlich pervers anhört und das ist hier unser lebensziel sagen wir mal da eine gegen gerotzt hier gegen gekotzt oder war das da los ist ja total ekelhaft ja und das ist hier unsere aufgabe in diesem spiel mehr machen wir hier nicht der sack stand vorhin auch noch nicht da oh oh run 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 komm wir run we run weg du kommst jetzt nicht hier rein alle das wäre so scheiße kack kack schwul wenn du jetzt hier reinkommst bleib schön draußen da find's einfach lustig wie die gegenstände wackeln weißt er hat irgendwie sowas mal gab es auch immer im bett einmal ein bisschen rum wackeln wenn ich nicht schlafen kann einfach weil es keinen sinn ergibt oder so oh man ok leute ok ich würde sagen wir gehen jetzt mal runter in keller oder ne wir gehen nach oben keller ist scheiße keller ist blöd ok die ist oben gut ich würde sagen wir gehen nach unten in den keller weil keller ist schön run oh oh shit fuck nee nein das ist ein sack und ein auge oh 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 shit die ist hier unten die ist hier unten leute ich weiß bloß nicht wo das macht mich grad voll paranervös paranormal nervös scheiße hast du aber ich weiß dass die unten ist nimm das mit und verpiss dich ich kann nicht mehr rennen leute wenn die alte flunscher oh 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 nimm den sag mit nimm den nimmst du den sag mit weg 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 oh mein gott oh mein gott oh komm leck mich am arsch ey du stinkst alter können wir nochmal von vorne anfangen hier nochmal 20 taschen finden hier oder warten was soll denn der scheiß hier meine fresse ey bekommt doch so weit dass ich heute noch einen speedrun hier durch mache ja das werdet ihr sehen du geht näher ordentlich ab ich weiß auch nicht warum ich es gerade mit diesem jahr habe das sage ich andauernd gerade ich merke das ja selber leute ja ich merke das doch selber weiß ich doch so na war da eine ecke war was nö schon halluzination hier oh nö tut mir nicht gefallen geh da rein mein gott ach gut die ist im keller warum wackeln oben die wenn die im keller ist die alte flunsch du also ich nehme mal an ich denke mal dass das die dings ist die vision wo sie gerade ist also aus der sicht von ihr weil das ja auch so rumwackeln du und du da am dudesten deswegen kann ich mir nur vorstellen das ist wegen ne und so oh mir ist ein licht aufgegangen in diesen dunklen tagen ist mir oh scheiße oh ups äh äh ja äh scheiße sag ich da nur ja oh ein kujuta battle 4 8 hier leg los start an die scheiße geht nicht warum ein safe combination found ein safe hier gibt es ein safe wo gibt es hier ein safe alter gibt ein safe her dasses bloß ein papierkorb ne drukko ein bisschen schneller ihr habt diese ewig zeit hier sieh zu komm los oder ist die patroniale oder was oh mein gott das licht kann ich auch nicht aus machen ne das wäre voll die scheiße hier aber wo ist hier ein safe hier hinter jetzt tu dir gedacht kommt einen haben wir noch Jetzt fliegt ihr genau an mir vorbei, der blöde Scheißteil Was ist denn das überhaupt, ein blöder Kopf oder was Was zeugt der mit dem Kopf, Alter Wozu ist dein Kopf, ja Ja, eins kann den Kopf immer noch machen Aber das ist Das ist ein anderes Geschehen, Leute, Leute Also, bitte, so Bist du weg? Jupp, sieht so aus Gut, hier waren wir schon drin Oh mein Gott Oh, ein Radio Dabstab, yeah Dabstab, yeah Können wir hier öffnen? Oh, können wir sogar öffnen hier Oh, eine Schallplatten Kombi, Kombi, Kompensator Hier, ne, wisst ihr, was ich meine hier, Schallplatten Ne, so Ja gut, geht auch Schnaggeli, 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 die Stramore I have to Save Combination founde Und ich weiß nicht, wo der Save rumstehentun Du da am tutesten Deswegen hab ich jetzt Schiss und renn weg, weil ich nämlich gerade Schiss hab Weil die alle Oh Gott Oh 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 Oh, ich nehm ich grad Schiss hab Hallo Wer bist du denn? Frankenstein Erinnert mich an der Typ hier aus Harry Potter Wie heißt der Flunsch hier? Wie heißt denn der, ne? So Und du bist, du bist, äh Äh, hier Hier Hier, flucht ihr, ne? Hier die Frau da Elisabeth Turner Glaub ich So Soviel dazu Oh, war das hier? Jetzt kommen wir in das Verlies des Schreckens Ey, das ist echt Der Verlies des Todes hier Was gibt's denn? Wow Oh Fettes Dings hier Fette Ausbeute, wa? Da klau ich dir aber ganz schön die Säcke, du Das dürfte dir aber nicht gefallen Wenn du mich jetzt kriegst, wär's Kriegst, kriegst, ne? Kriegst Wenn du mich jetzt kriegst, wär's richtig scheiße Nö, das wär doof, wenn du jetzt hier reinkommst Ach komm, schnur Hau ab hier Geh weg Du gehst mir auf den Sack, ey Du bist doch nicht mal in meiner Nähe, du blöde Flutsch Guck mal, flieg da ein Glas Fantastisch vorbei hier Wenn ich jetzt wüsste, wo der steht Weiter weg auf jeden Fall Wir müssen hier wieder runterkommen Wir müssen auf jeden Fall nochmal in den Keller rennen jetzt Ich weiß noch nicht, wie wir das anstellen Es wird nicht so einfach Weil Die alte Kuh Nämlich genau hier lang geflogen ist vorhin Wir waren uns nämlich genau auf dem Fersen War ich hier schon drin? Ja, zum dritten Mal schon das Bad Ha, toll Gut, dann gehen wir hier nochmal lang Weil wir hier noch nicht lang gegangen sind, glaub ich Scheiße, hier waren wir schon Oh nö Nö, nö, geh mal weg Oh, ein Safe Oh Da ist bloß einer drin Was soll das denn? Da ist bloß einer drin Was soll denn die Scheiße hier? Voll die Verarsche hier Oh, da ist noch ein Auge Sag mal, voll die Verarsche hier, Alter Was soll denn der Kack Scheiß Hodendreck Was? Hä? Wie? Nö Was? Nö Nö Alter Alter, was soll denn der Scheiß, Mann? Junge, ich hab doch alle Säcke gehabt, Junge Geh mir doch mal mit dem Sack hier oder wat? Junge, da krieg ich doch direkt, da krieg ich Ey, das geht nicht Komm, das Ey, die sheetet, Alter Hast du das gesehen? Knallhart Wallbang hier Wallhack hier Ja, durch die Wand hat sie mich ange Angeschissen hat die, Alter, mich Ey, das war voll unfair, Alter Komm Jetzt soll ich wieder Ey, nee, das ist nicht euer Ernst, Alter Ich mach hier einen auf Speedwarn Ich sag's euch Damsa, rabbeli rum Hier ist nischt Gut, dann gehen wir hier rein Zacht Hallo Da Nimmst du das mal mit hier, so Ey, komm, jetzt bin ich sauer, Alter Jetzt, 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 komm Die mir jetzt noch einmal begegnet, ne Die hau ich auf die Schnauze, Alter Ich weiß zwar noch nicht, wie Ist ja bloß ein Kopf, der hin und her daddelt da Aber Die hau ich auf die Schnauze, sag ich dir Oh, shit Oh, oh Oh, run, run Du kommst jetzt nicht hier rein Gehe Geh weg, geh weg, geh weg Unter der Treppe an der Uhr vorbei, okay Und, runter Ja, runter Gut Alles klar So sieht das Ganze aus hier Und nicht anders Das heißt, wir gehen nach oben Ha Ne, wir müssen auch nach oben Weil wir oben schon waren Ach, ne, vorhin waren wir oben Richtig, ja Eben noch nicht Ha Oh, Mann, Leute Das ist so schlecht Mir ist ein Licht aufgegangen Ha 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 Ich weiß, dass dir nicht gut war Ja, guck mal Das Licht geht ja auch nicht mehr wieder aus Hier Scheiße Ach, komm, hör auf Du frisst mich jetzt nicht Ich hab grad mal dreieinhalb Säcke hier gefunden Das geht doch so nicht Ja, flieg weiter, Junge Guck dir die Räume an Und, und so gut ist Oh Ja Hey Leute, irgendwie hab ich's mit diesem Scheiß-Button Ich weiß nicht, was da drin steht Aber irgendwas muss da drinstehen Was mir irgendwie Gefallen tun Du, das ist okay Ist überall nischt Da ist noch ein Auge Ah, und das ist safe Richtig Richtig So Das heißt, wir gehen nach unten Mal beruhen, mal alles haben Glaube ich Oder? Ja Ja, ja Scheiß drauf Ich geh jetzt einfach nach unten Wenn die Alte jetzt hochkommen, ne Dann leck mich Die ist hier unten Die ist hier unten Wieso ist die jetzt unten? Geh doch weg Nö Hau ab Geh weg Hallo Verpiss dich Den nehmen wir mit Geh weg Hau ab Stuss Alter, ist ja auch gar keine Anspielung Für gar nichts hier, ne Boah Kriegen wir die auf? Geh auf Okay, kriegen wir nicht auf Oh, hier find's auch ordentlich was Noch ein Einsack Komm, wir haben alle Meine Tür auf Wenn ihr uns jetzt kriegt Die alte Flunsch Scheiß ich dir in die Fresse, Alter Kannst voll vergessen Nö Nein Hau ab Geh weg Geh weg Wenn du mich jetzt kriegst, Alter Denn bist du so hässlich Scheiße, dass du so kacke Scheiße bist Ich sag's ja, Alter Wenn du mich jetzt kriegst Okay, die ist oben Okay, das ist die Chance der Chancen Oder fliegen hier zwei Köppe rum Das wär mir ja noch was Neues hier Wenn hier zwei Köppe hier rum Oh Wehe, 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 wehe Du kannst Du warst grad nach oben Du Scheiß Du gehst mir voll auf den Sack Du hässlicher Scheißkopf Jetzt geh die nicht weg, ne Ich glaub das nicht Dass die jetzt nicht abhaut Ey, geh doch weg, Alter Geh doch Holz fressen Was weiß ich Entspannend Ich mach dir einen Kakao Geh eine Pizza schlöfen Alter Geh weg, Mann Lass mich in Ruhe Oh mein Gott Oh mein Gott Leute Das Spiel ist schlecht Oh Mann Oh mein Gott Leute Ja, ohne Spaß Also ich würde einen zweiten Part machen Unbedingt Weil ich hatte 20 Säcke gefunden Und äh Ah, Mann, ey Ich hätte bloß nach oben rennen müssen diese scheiß Tür öffnen, aber hat Heike nicht mehr ganz geschafft und ich würde sagen, wenn ihr noch einen zweiten Part wollt, ich würde auf jeden Fall gerne noch einen machen, weil das will ich schaffen hier, das geht so nicht. Dann sagt mir doch bitte Bescheid, gebt mir das per Kommentar zu wissen oder so, glaube ich. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal, dann haut rein!